Guten Tag Leute, so heute ist wieder Sonntag, heute wir gestreamt, 14 Uhr natürlich wieder, heute habe ich mir was anderes ausgedacht, zwar auch mit dem Minecraft Thema, sehr verknüpft und natürlich auch sehr interessant, Minecraft Story Mode interessiert mich heute mal sehr brennend, brennt mir unter den Nägeln, ich hoffe euch auch, würde mich freuen wenn ihr dabei seid, heute auf Twitch wieder, Link ist natürlich in der Videobeschreibung für die, die wir es noch nicht haben, nicht wissen, einfach draufklicken, mit dabei sein, würde mich freuen wenn ihr da seid und ich sag dann, bis um zwei, ciao!